Mein Name ist Dietmar Klaus von der Agentur MP2. Ich bin heute Geschäftsführer. Die Agentur besteht seit 20 Jahren und seit dieser Zeit beschäftigen wir uns auch mit Prozessen und Produktion von Publikationen und dementsprechend sind wir sehr gerne hier auf dem Print Day mit dem richtigen Thema. Ja, das ist mein erster Print Day, wobei ich vor zwei Jahren bei der Partnerveranstaltung gewesen bin in Montabaur, die auch schon sehr innovativ und informativ war und uns schon viel geholfen hat, unsere Strategie immer wieder neu abzustimmen und uns neue Anregungen zu holen. Ja, der Print Day hier ist sicherlich was ganz Besonderes, weil es auch für mich nach anderthalb Jahren natürlich toll ist, mal wieder auf so eine Veranstaltung zu gehen, Leute zu treffen, die ich sonst jetzt nur am Bildschirm gesehen oder gehört habe. Von daher ist das alles auch ein bisschen bewegend und wir haben dazu natürlich inhaltlich ein tolles Programm. Von daher freue ich mich sehr auf diese Tage. Ja, wir beraten unsere Kunden eigentlich immer ganz neutral. Wir suchen eine Lösung für den Kunden und suchen uns dann aus dem vielfältigen Angebot von zum Beispiel PIM-Anbietern oder DUM-Anbietern passende Partner aus. Aber im Bereich der reinen Publikationsplattform sind wir als Partner von der Print Suite damit absolut safe und sagen, das ist unser Werkzeug, das ist unser Tool an der Stelle, was wir einsetzen wollen, weil auch die Mitarbeiter, alle Menschen, die bei Werk 2 arbeiten, mit dem Tool zu tun haben, uns einfach toll unterstützen und supporten und wir dabei immer gute Lösungen für unsere Kunden finden.